Herzlich Willkommen bei Filmbot Meets live aus dem Filmhaus auf dem alten Schlachthof in Karlsruhe. Heute bei mir zu Gast ist der Filmemacher Dirk Weiler. Herzlich Willkommen. Hallo. Du hast gerade ein sehr spannendes Projekt auf YouTube gestartet, der Burgenkanal. Was genau ist darunter zu verstehen? Also der Burgenkanal ist eigentlich für mich so eine sinnliche Erfahrung. Also es geht nicht jetzt darum, die Burgen mit ihrer Geschichte in so einer Dokumentationsart oder Reportage vorzustellen, sondern die wirklich in Bild zu erfahren, ein bisschen durch die ganze Burg zu gehen, mitgenommen zu werden. Es ist nur Musik und Bild. Und das finde ich einfach eine Sache, ist einfach das, was zum Schauen ist, was zum Erleben. Ein bisschen anderes Konzept, wie es viele vielleicht haben. Ist auch ein bisschen ungewöhnlicher und nicht jedermanns Sache. Aber genau das finde ich spannend daran. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Aber die Idee hatte ich schon vor Jahren eigentlich, muss man sagen. Da war mal die Grundidee zu sagen, wir machen was, so Burgen in Baden-Württemberg, Burgen in Rheinland-Pfalz, für jedes Bundesland quasi, wie so ein Film eigentlich, so in der Inspiration von so Meisterwerken wie Baraka, wo es dann halt nur eine Bilderstrecke ist und Ton und Musik. Und da kam mir einfach die Idee, das mit den Burgen zu machen, weil ich die halt super spannend finde und auch die erzählen ja was. Aber letztendlich dann auf DVD, man muss sehr viel vorproduzieren, um das dann zu machen. Man muss sehr viel machen im Voraus, bevor man es überhaupt veröffentlichen kann. Und dann mittlerweile ist die Qualität, die wir ja online haben, genau gesehen so großartig mit 4K. Und das kann die DVD nicht lieben. Und mir tut es dann im Herz weh, wenn wir Sachen aufgenommen haben in der hervorragenden Qualität mit der Drohne, mit den anderen Techniken. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt einen Kanal erst mal und man kann ja immer noch daraus andere Dinge machen. Aber jetzt machen wir erst einen Kanal und können es sukzessive produzieren und sind nicht gebunden, jetzt ein Bundesland abzuarbeiten, das dann auch nicht mehr erweiterbar ist irgendwo. Und jetzt haben wir ja so ein Baukastensystem, man kann immer mehr, jede Woche, jeden Monat quasi kommt ein neuer Clip raus. Und ja, so ist es gedacht. Also in der Beschreibung sagst du ja auch, ihr zeigt die schönsten Schlösser, Burgen und Ruinen Deutschlands. Ja, genau. Und wie wählst du die aus? Jetzt am Anfang, die ersten Sachen haben wir ausgewählt in dem Sinne, die kenne ich, weil ich schon mal dort war. Und die sind, sage ich mal, die Lindelbrunnen, die Meistersel, die haben einfach einen gewissen Reiz, der sehr, sehr typisch ist für die jeweilige Burgenart. Und das Zweite, was als Kriterium super wichtig war, wir kommen einfach hin, in dem Sinne einfach. Wir müssen jetzt nicht über Behörden gehen oder über einen Besitzer, sondern das sind Ruinen gewesen, die ersten beiden Burgen. Das heißt, da darf man auch einfach drehen oder wie sieht es aus mit Drehgenehmigungen? Ich sage mal, das ist ja Panoramafreiheit in dem Fall, das zu machen. Die gehören geheim, die halt keinem, also die gehören halt in einem Land wahrscheinlich oder in einer Stadt, aber nicht in einem Privatperson, die sind jetzt auch nicht unter stattliche Schlösser und Gärten. Deswegen habe ich gedacht, ja, da kann man filmen. Eine andere Burg, die wir jetzt gerade gedreht hatten, da haben wir natürlich bei der Stadt dann auch eine Genehmigung eingeholt. Ja, und was reizt dich persönlich an einer Burg oder auch an einem Schloss, dass du sagst, ja, die ist so faszinierend, die möchte ich dokumentarisch festhalten? Das ist, also zum einen habe ich schon immer ein Faible für sowas, für diese Zeit auch, für das Mittelalter, für die Architektur dann auch, die ist durchaus interessant, die Historie, die damit verbunden ist. Wenn man dann auch ein bisschen schaut, wie die Burgen gebaut sind, die haben dann auch bestimmte Eigenarten und Sachen, die sich wiederholen, bei manchen, zum Beispiel diesen Ruinen, die die letzten beiden übergedreht haben, da sieht man Teile der Kamine-Struktur im Palast noch. Und bei den Ruinen zum Beispiel ist es interessant, die sind ja nicht mehr als Gänse da. Da hat man viele kleine Teile, viele verbräugende Sachen, viele Sachen, die man nur noch ahnt. Und das ist spannend, genauso wie eine intakte Burg spannend ist, aber beides hat seinen Reiz. Und ich finde, diese Verbindung von Architektur, dann diese Verbindung in der Landschaft, weil das ist ja nicht wie eine Stadtarchitektur, die eingebettet ist, immer eine urbane Struktur, sondern die ist ja noch mit der Landschaft, also es kommen ja zwei Sachen rein. Das ist ja immer, das ist auf dem Hügel, in dem Wald, da kommen teilweise bei den Burgen, sind die aus dem Fels geschlagen und man hat dieses Felsmassiv noch drin. Das finde ich nochmals sehr spannend, auch gerade im Unterschied zu anderen Architektursachen wie Kirchen oder Bauten, Marktplatzbauten, wie wir hier in Karlsruhe mit dem Rathaus und den Weinbrennerbauten. Das hat nochmal eine ganz eigene Charakteristik und auch so ein leicht Märchencharakter manchmal auch noch drin. Wie planst du eine solche Produktion? Hast du da im Vorfeld schon Bilder im Kopf, wo du sagst, die möchte ich unbedingt bei dieser Burg umsetzen? Oder fährst du mit deinem Drehteam dorthin und ihr schaut euch das gemeinsam an und entwickelt daraus dann die verschiedenen Einstellungen? Einstellungen, wobei da die Zeit wahrscheinlich viel zu kurz wäre. Du musst da wahrscheinlich im Vorfeld schon ein bisschen vordenken. Ja, na klar. Also man muss erst mal recherchieren, wie es sich gehört. Also wenn man die Burg nicht kennt, einige kenne ich, einige kenne ich nicht persönlich, die recherchiere ich dann vor. Was wir halt immer haben, ist quasi der Establisher. Die erste Aufnahme im Clip wird immer so ein Anflug auf die Burg sein, der relativ geradlinig ist, der fliegt dann über die Burg drüber und man hat die Einblendung, wie die Burg heißt. Das ist so ein Wiedererkennungsmerkmal, das wir haben. Und das Zweite, was halt immer sein wird, ich versuche den Weg oder die Struktur der Burg zu zeigen. Das heißt, wir gehen mit der Kamera auch dann chronologisch vor. Wir gehen in den Eingang rein, wir gehen dann vielleicht in die nächste Ebene, wenn es zwei Ebenen hat, oder eben durch die Burg, so dass man über verschiedene Winkel auch immer weiß, also über totalere und dann binäre dazu weiß, wo wir sind. Und das ist einfach nicht, manchmal hat man so das Gefühl, das ist zu vermischt und man fasst die Burg gar nicht. Und das sind die Sachen, die mir zum Beispiel sehr wichtig sind beim Inszenieren vor Ort, dass man eben das spürt. Und dadurch ergeben sich chronologisch gleich auch ein paar Sachen, die quasi zwanghaft sein müssen, eben diese Art von Rangehen, dieses Erkunden der Burg. Du hast ja schon gerade anklingen lassen, du machst das nicht alleine, du hast ein Team. Wer ist da mit dabei? Also ich habe ein kleines Team, ein sehr gutes Team mit zwei Kollegen, das ist der Robert Fuge. Der hat sich so ein bisschen spezialisiert bei uns auf die Gimbal-Aufnahmen. Das ist so sein Ding und macht es quasi da bei den Drehs ausschließlich. Macht natürlich aber auch, hat am Logo mitgearbeitet, verwaltet Social-Media-Kanäle mit und bearbeitet auch die Fotos und so weiter. Und der Darius Chabadi, der hat sich so auf die Drohnensachen spezialisiert und macht das jetzt quasi am meisten dabei. Macht natürlich auch Instagram und solche Sachen mit, auch mit den Fotos. Mit der Drohne kann man wunderbare Fotos noch machen, da ist der auch sehr firm darin. Und es ist gar nicht anders möglich. Man muss mindestens zu zweit sein, um überhaupt so eine Burg anzugehen, von dem, was man am Tag zu drehen hat. Und zu dritt ist es noch viel eleganter. Wir können teilweise simultan manchmal drehen. Das wäre mal eine Frage gewesen, ob man parallel dreht. Also geht nicht immer, weil natürlich die Drohne sehr viel sieht und dann ist es immer schade, wenn man uns noch sieht oder spürt. Aber vom Grund herangehen kann Robert zum Beispiel Sachen üben in der Zeit oder Darius, während wir noch an was arbeiten oder entdeckt noch einen Winkel. Und Robert und ich arbeiten gerade in einem anderen Setting. Und so ergänzt sich das super. Das ist schon sehr wichtig, dass wir auch mehrere Leute im Team haben. Auch, weil jeder noch ein paar Ideen mitbringt. Finde ich auch immer toll. Jetzt sprechen wir schon so viel über diesen Kanal. Du hast extra für uns einen Trailer zusammengeschnitten, damit wir einen Eindruck bekommen. Und den schauen wir uns jetzt erstmal an und sprechen dann weiter. Das ist ja auch immer toll. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gibt es da Konflikte mit den Touristen, dass ihr an denen vorbeifilmt oder macht euch das nichts, wenn da irgendwelche Menschen zu sehen sind? Also das ist natürlich immer eine Sache und das wird man nie verhindern können, weil das wollen wir auch gar nicht verhindern. Das ist immer so, bei den Ruinen treffen wir oft Wanderer, das sind oft wenige Leute, das sind Wanderer, die extra so eine Burgentour machen oder auf Ruinen gehen. auch wenn wir unter der Woche hingehen und sagen, wir nehmen nicht den Hotspot-Tag, Sonntag, Mittags, auch Freitagabends, Sonnastagabends oder Mittags sind da Leute und die sehen uns natürlich, dass wir da sind. Man sieht auch mal, wenn man genau hinguckt, auf der einen oder anderen Aufnahme ist dann halt auch von oben oft ein Wanderer zu sehen oder jemand, der irgendwo sitzt oder steht oder kniet. Und das lässt sich nicht verhindern. Ansonsten schauen wir natürlich, wenn das größere Anlagen sind, intakte Anlagen, die oft eine Gastro dabei haben, dass wir eben nicht, die haben meistens einen freien Tag, wir gehen dann halt am freien Tag hin, das war bei der letzten Burg dienstags und dann wissen wir zumindest, der Andrang von Leuten ist kleiner, die Gastro stören wir nicht, die stören uns nicht, weil die haben natürlich Geschäft und das ist natürlich nichts für die ganzen Top-Shots, die wir haben, um die Struktur der Burgen zu zeigen, also Gastro-Leute laufen, können wir nicht unterbinden, wollen wir ja nicht, in dem Sinne findet sich da aber auch eine Möglichkeit. Man muss es aber bedenken, das ist dann immer so, gerade wenn man mit der Drohne arbeitet, da hatten wir das letzte Mal so, da wollten wir drehen bei einer Burg und Montags oder Dienstag hätten wir drehen können, Montags war starke Brise angekündigt, da wussten wir schon, man kann fliegen, aber es wird nicht elegant und deswegen mussten wir umdisponieren auf Dienstag. Wenn die halt nur einen Tag haben, kann es sein, dass man so eine ganze Woche verschieben müsste. Also macht es ein bisschen schwieriger, aber ist auch schön, man kann mit den Wandern sprechen, die wissen oft, was von der Burg, bei der Meistersäle hat mir dann jemand erzählt, wie es früher war, bevor die saniert wurde. Also man kriegt da schon auch nochmal was mit und mittlerweile haben wir auch eine Visitenkarte, das heißt, wir drücken den Leuten das in die Hand. Der Burgenkanal. Genau, Burgenkanal. Und das sind ja unsere potenziellen Kunden, auch Leute, die eben nicht nur schöne Bilder sehen wollen, sondern Leute, die wandern oder die eben Rausflüge machen. Das ist natürlich genau so eine Kundschaft, die gucken können. Das heißt, das schafft ja auch einen richtigen Mehrwert. Vielleicht noch einen weiteren Mehrwert jetzt hier in der Sendung. Es gibt ja viele Amateurfilmer, die eben auch gerne so eine Burg mal abfilmen wollen. Was empfiehlt der Profi? Worauf sollte man da besonders achten? Oh, das ist eine Riesenpalette. Meistens ist es, was ich sagen kann, ist Zeit, Zeit, Zeit. Wir machen ja schon lange Einstellungen und lassen uns Zeit, die Burg wirklich zu betrachten. Und trotzdem geht der Clip, sag ich mal, im schlimmsten Fall, im höchsten Fall fünf bis sechs Minuten. Wenn das natürlich eine größere Anlage wird, dann kann es sein, dass der noch länger geht, wenn das Interieur dazukommt zum Beispiel. Ansonsten denke ich halt oft, wenn ich dann angucke, 20 Minuten und es beginnt mit irgendwelchen Aufstiegen. Das wiederholt sich ja so oft bei jeder Burg. Das würde ich... Also Mut zur Lücke quasi, ein bisschen ausdünnen. Ein bisschen ausdünnen, meistens sind Sachen, die man, das sieht jeder, das sind fünf Aufnahmen, wie die hochsteigen. Das könnte man durchaus runterkappen. Und das andere, was wir zum Beispiel auch haben, ist, ich habe ganz wenig Text. Ich habe drei, vier, fünf, sechs Einblendungen bei einer Burg. Und ich sehe es auch oft, dass die Leute erzählen, was natürlich auch toll ist. Also die haben natürlich eher so einen Fokus, da noch mehr zur Burg zu erzählen, was gut ist. Aber da sollte man auch noch redaktionell, also klingt ein bisschen hochgestochen, aber ich denke halt, redaktionell noch ein bisschen bearbeiten. Denn die Geschichten der Burgen sind schon ein bisschen ähnlich. Also wenn man bestimmte Burgen der Pfalz, bestimmte Ketten von Burgen, sind ja oft so Ketten, die entlang einem bestimmten Grat sind, hat, dann wird das, das sind ja auch nicht spannend. Also da wird das verkauft an jemand und dann wird es, da bekommt der eine ein Stück Land und der gibt dann die andere Burg. Und das sind einfach so Mimikrie-Sachen, die auch für den Zuschauer, die kann der nicht mehr, also keiner kann die behalten. Das sollte man, sage ich mal, auch eindämmen. Und jetzt filmisch, filmisch ist es oft für Amateure schwer zu raten, weil man natürlich die Technik nicht da ist und auch manchmal die Kenntnisse nicht. Ich glaube, dass man sich Gedanken macht, was man zeigen will wirklich von der Burg. Das ist nicht einfach, manchmal sieht es ein bisschen wahllos aus. Und ich versuche bei mir, und ich glaube, das ist auch für Amateure ein guter Rat, versuche das rauszuzeigen, was in dieser Burg besonders ist. Und vielleicht auch eine Geschichte zu erzählen. Quasi über Bilder ist es eine Geschichte. Also bei der einen Burg ist besonders das, die auf zwei Etagen ist. Die andere ist vielleicht besonders das, dass die auf so einem, dieser Lindelbrunnen, die ist auf so einem dreieckigen Plateau quasi. Und bei der anderen hat die bestimmte Stützmauern, die zwar sehr charakteristisch sind, aber nicht bei jeder Burg bei uns sind. Versucht man das rauszuarbeiten, hat man quasi auch immer so eine Eigenständigkeit von so einem Film. Ich glaube, das kann man auch weitergeben, ohne dass man sagt, oh, die muss jetzt die Kamera hauen. Ähnliches kaufen. Ganz tolle Tipps. Klasse, dass du dein Wissen mit den Zuschauern teilst. Hast du eine Lieblingsburg oder Ruine? Du sagst, die fasziniert mich aus dem und dem Grund. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es gibt natürlich, deswegen machen wir den Kanal, ja, weil es gibt wirklich tolle Burgen. Nicht nur in ganz Deutschland oder Europa, sondern auch bei uns gibt es wirklich tolle Burgen. Und das muss man sagen, da ist es sehr schwer, eine Lieblingsburg im klassischen Sinne zu finden. Ich finde großartig die Hochburg in Emmendingen. Das lohnt sich auch immer, da einen Ausflug zu machen. Die ist auch im Sommer brutal überlaufen. Wenn man reinkommt, sind da reihenweise Kinderwege, in diesem Eingang stehend. Die ist leicht begehbar. Die Wege hoch sind asphaltiert. Das sind natürlich alles Vorteile für Familien. Sie ist eine sehr große Anlage mit Wehrgängen, die teilweise intakt sind. Das ist auch das Tolle daran eben, dass es so viel, sie ist ein bisschen verspielt. Es ist nicht so, manche Burgen sind halt, da gibt es einen Weg, da geht man rein, dann geht man einmal im Kreis, weil die so Ringmauern haben und dann bist du drin und die ist aber so super verspielt. Da gibt es nicht einen Weg, dann ist man drin, dann gibt es da noch, dann gibt es noch einen unteren Teil von der Burg, da gibt es noch vorgelagte, Verteidigungssachen, die dann später teilweise dazu, so Dreiecksformationen, die man dann als Brecher für Kanonengugeln gebaut hat. Das finde ich spannend eben bei so einer Burg. Und natürlich finde ich auch Burgen interessant zumindest, die quasi romantisiert gebaut wurden, weil es gibt ja Sachen wie die Hohenzollern und auch Neuschwanstein, kennt ja jeder, das sind ja keine Burgen, die in der Burgenzeit gebaut wurden. Das sind ja romantisierte Burgen, die wurden in der Romantik gebaut von Leuten, die einfach gesagt haben, ja, wir haben mal träumen. Da gab es auch eben Klosterruinen, die gebaut wurden in Parks und die Leute haben sich die Damen als Schäferinnen verkleidet. Das sind einfach so Sachen, wo ich denke, das hat auch seinen Reiz, weil die so eine verträumte Märchenhaftigkeit haben. Neuschwanstein ist, glaube ich, plakativ. Die Türme sind ja nutzlos, das ist ja kein Wehrturm, da ist ja ein Treppenhaus drin, überhaupt funktionslos, außer dass es ein toller Turm ist. Aber auch dann tatsächlich, Walt Disney hat den ja reproduziert, man sieht den ja auch dann im Stil bei Mary Brooks, Baseballs und Co. Also das heißt, dass so eine Burg oder ein Schloss, das weckt dann eben auch in irgendeiner Art und Weise so romantische Vorstellungen. Das ist ja Riesenfaszination auch für die Menschen. Du hast Neuschwanstein angesprochen, wenn ich an Burgen denke, mit meinem Laienwissen, denke ich noch an die Wartburg beispielsweise. Sind das alles so Burgen, die wir auf dem Kanal zu sehen bekommen werden? Also grundsätzlich sage ich mal, ja, je bekannter, desto schwieriger ist es natürlich per se, auch mal in eine Burg reinzukommen, gerade Neuschwanstein und Wartburg sind ja auch sehr stark besucht. Da muss man immer gucken. Das muss man natürlich auch wirklich mit den Verantwortlichen besprechen. Da kann ich überhaupt keine Aussagen dazu machen. Wir schauen natürlich immer, dass auch Objekte drin vorkommen, die ein bisschen bekannter sind. Wir schauen, dass ein paar Objekte drin vorkommen, die unbekannt sind, in dem Sinne, dass sie privatburgend sind. Das heißt, da kommt eh keiner rein. Das ist jetzt nur ein paar Sachen, die im Gespräch sind, wo man sagt, okay, deswegen möchte ich auch keine nennen, weil die noch im Gespräch sind. Aber da kommt man eh nicht rein. Deswegen halte ich die für super interessant, da reinzugehen. Wir sind da ganz offen, was es ist. Letztendlich muss es für uns machbar sein, das zu realisieren. Und natürlich auf der anderen Seite auch für die Leute vor Ort. Neuschwanstein ist super schwierig, einfach wegen den Touristen. Also das wird nicht so einfach möglich sein. Vielleicht dann nochmal zum Burgenkanal insgesamt. Sag nochmal was zum Turnus. Wie viele Filme habt ihr schon abgedreht und wie lange plant ihr dieses Projekt? Wird das jetzt dauerhaft sein? Das ist schon geplant. Ja, also wie gesagt, das ist so ein Herzensprojekt von mir, von uns auch. Und wir haben halt so lange gebraucht, das zu realisieren, weil die Technik, die wir früher überhaupt zur Verfügung hatten, ja gar nicht so mobil war, dass man das wirklich mit Burgen machen konnte. Also auf eine Burg, wir müssen ja trotzdem hingehen. Also man stellt sich das ja vielleicht zu einfach vor, aber es gibt Burgen, wir haben die Ramburg gedreht, da war halt 1,2 Kilometer durch den Wald mit Steigung und mit Equipment. Und wenn man jetzt vorstellt, früher die Phantom 4, jetzt hatte so einen Riesencase, hatten wir dafür einen Rucksack, aber das war richtig massiv. Dann hatten wir ein großes Stativ, eine große Kamera, eine Steadicam, das sind immer so Wünsche, die ich dann habe, also einen gewissen Anspruch, den ich habe, eben wie wir es realisieren, mit viel Bewegung drin, zwar geplante Bewegungen, aber eben Gimbal, Drohne, Schwenken und das war überhaupt nicht möglich früher, das zu realisieren. Und jetzt ist es möglich und jetzt wollen wir das natürlich auch ausnutzen am Ende und die Burgen, die wir können, machen, Leute davon überzeugen, mit uns zu kooperieren natürlich. Und unser Turnus ist erst mal einmal im Monat was zu veröffentlichen. Das glaube ich, können wir einhalten. Wir haben jetzt schon, zwei sind veröffentlicht, erst vor einer Woche die zweite und zwei sind schon vorgedreht. Also wir haben quasi für die nächsten zwei Monate schon mal ein bisschen Vorlauf und immer wenn wir sehen, wir haben nur einen freien Tag oder hier zusammen, nutzen wir das natürlich und schauen, was könnte man denn als nächstes machen, was ist interessant, was ist was anderes oder was greift eben eine Thematik auf, die wir schon hatten natürlich. Also ein anderes Bundesland vielleicht auch manchmal oder eine andere Ecke und versuchen dann natürlich mit, man sieht es dann auch auf den Kanälen auf Instagram oder auf Facebook, da gibt es auch manchmal ein paar bisschen Behind-the-Scenes-Footage, noch ein bisschen was zusätzliches, wie wir haben, in der Drohne können wir mittlerweile 360-Grad-Fotos machen, was halt ein super interaktives, tolles Tool ist. Da kann man die Burg nochmal ganz anders erleben, indem man das ja anguckt. Nach oben kann man nicht gucken, da ist die Drohne, aber in alle anderen Richtungen schon. Also es gibt noch ein bisschen Mehrwert in den anderen Kanälen und ja, geplant ist erstmal, das weiterzumachen. Wir hoffen, dass wir da noch ein bisschen Partner gewinnen, die einfach uns supporten können. Das wäre nämlich mal eine Frage gewesen, weil du es ja schon vorhin angedeutet hattest, ja, was für Partner oder Sponsoren sucht ihr? Vielleicht auch aus dem Tourismusbereich, ja. Ganz genau, ja. Also es ist so, wir brauchen natürlich Sachen wie, also die uns diese Burgen aufschließen können, wenn es denn notwendig ist. Das sind einmal Leute, die ja eben Privatbesitzer sind, genauso wie staatliche Schlösser und Gärten, die für uns natürlich auch, oder die jeweiligen Landesverbände dazu, die einfach ermöglichen können, dass man überhaupt wo rein kann. Und natürlich sind wir noch an Kooperationen irgendwann doch interessiert, weil letztendlich, dass man über Werbung das finanziert, ist gar nicht mein Ziel, weil ich denke, die soll man einfach angucken können, die Clips. Deswegen suchen wir natürlich noch Kooperationspartner im Bereich Tourismus. Ob das jetzt Landesverbände sind oder kleinere Verbände wie Burgenstraße oder sowas, das wäre toll, also in dem Sinne, dann würde man auch ein bisschen Fokus auf die jeweiligen Länder oder lokalen Gebiete legen können. Aber bis jetzt sind wir erstmal in Vorgesprächen, sage ich mal. Okay, klasse. Ja, aber das, was man auf dem Burgenkanal zu sehen bekommt, ist schon wahnsinnig viel Versprechen. Deswegen kann ich eigentlich alle nur einladen, sich das anzuschauen oder auch dann eben mögliche Tourismusverbände da Partner zu werden. Das ist wirklich eine ganz großartige Thematik, ein spannendes Projekt. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, dass du es mitgebracht hast. Und ich wünsche natürlich sehr, sehr viel Erfolg mit dem Burgenkanal, das ja auch viele Jahre laufen wird. Vielen Dank, Dirk Weiler. Und das war es für heute mit Filmbord Meets aus dem alten Schlachthof. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, postet einen Kommentar oder abonniert unseren Kanal. Den Burgenkanal selber bringen wir in die Beschreibung von diesem Video. Da könnt ihr dann auch nochmal direkt weiterklicken und euch die Videos dann selber anschauen. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. war es für heute. Ja, Vielen Dank.